Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Battle Worms Glor... äh 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 äh... Clan Wars. Ich wollte gerade ernsthaft sagen Counter-Strike Global Offensive, ich weiß nicht warum. Ja, wieder ein Mitarbeiter Kriji, hallihallo. Und wir machen ein 8 gegen 8 im Modus Elementar, 10 Minuten bis Sudden-Death, 30 Sekunden Zugzeit. Auf der Map Nuke. Ganz genau. Ne, äh... Ja, okay. Ich weiß nicht, ich mag dieses Feudal Japan Setting nicht, wa? Ich finde, man erkennt da so wenig drauf. Wie du möchtest, kannst du auch gerne ändern. Mach ich auch. Mach ja. Was ist das eigentlich? Achso, das ist komplett zufällig. Achso. Ja, drück noch 10 mal komplett zufällig und dann nehm es. Neu. Okay, und stopp. Wow. Okay. Okay. Läuft. Gesundheit. Achso. Hast du das auch gerade gehört? Nein. Okay. Hier mein Brommerkern. Achso. Achso. Ja. Ich darf anfangen. Oh. Und ich stehe sogar richtig. Oh. Das sprengt nicht genug weg. Da kommst du nicht hoch. Alter, ich hab schon... Oh shit. Klappt. Nein. Mein Strahl ist nicht dick genug. Komm, komm, spür dich selbst runter. Nein, bin ich nicht. Oh, schade. Oh, da hab ich auch mehr gehofft. Ja, was will ich denn mit dem jetzt? Du müsstest gerade Janas Blick sehen. Ja, ich dachte mir auch so, mein Strahl war nicht dick genug. Wat? Ja, das war so geplant. Oh, jetzt gerade merke ich auch, mein anderer Form wäre direkt daneben gestanden. Von daher. Ah, jetzt hör doch auf mit so einem Bullshit hier. Kriege meinen Willen. Gott verdammt. So. Weg damit. Aua. Oh, 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 oh. Oh, oh. Aua. Oh, deiner wird drauf gehen. Nein. Meiner nicht. Was soll das denn? Kriegung. Sehr gut. 66 Damage ja genau. Oh mein Wurm steht auch noch im Wasser. Ja, gut so. Und ich brühe schon wieder zu viel rum. Bin leise. Ach. Kriegung. Alter, dein hunderter da rechts muss echt dringend weg. Nein. Doch. Komm, spür den doch noch weg. Verdammt. Ah. Oh shit. Nein. So, haben wir irgendwas wie ein Baseballschläger oder so? Mal Flammfaust. Reicht nicht. Ne, zum Glück. Leise, was mach ich mit dir? Lass mich in Ruhe. Boah, das ist jetzt sehr gewagt. Nicht wahr, aber ob es reicht? Ich werde mich doch garantiert selbst versenken. Ich habe die Hoffnung, dass der Strahl so stark ist, dass er nicht direkt ins Wasser schießt. Ja, das wird auf jeden Fall... Nein, das klappt ja wirklich! Ja. Oh. Traumhaft. Huh. What the fuck, ich dachte, das wäre ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist. Ich hatte Glück, das war so ein kleiner von dir, wa? Stimmt. Mit dem anderen hätte das nicht geklappt, aber... Na, was fällt aber auch ein großes Risiko. Ich habe eigentlich zu 70% schon in Kauf genommen, dass ich meine eigenen Würmer wahrscheinlich mit wegspüle. Alter, ich habe ja schon keine Zeit mehr! Nein. 3, 3, 2... Scheiße, ich habe mich selbst vergiftet. Oh, oh. Explodier doch! Nein! Nein! Hui! Oh, ich dachte... Ei, 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 ei. odi. Ey, wie soll ich eigentlich an deine Würmer da links rankommen? Soll ich mit den Würmer hier anfangen? Von daher kommt ja noch einer... Spring ins Wasser. Wo soll ich denn damit... What? Nein! Da ist doch jemand abgeprallt! Oh nein! Au dooooch! Sascha was hab ich getan? So Sascha, das ist die zweite! Oh Gott! Was?! Ich bin ins Wasser gefallen! Was?! LOL! Was hast du gemacht? Ich weiß nicht ob ich vielleicht auf Spring gekommen bin oder sowas! Scheiße! Oh 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 oh! Jawohl! Nein! Ich hab meinen eigenen Kumpel gesenkt unten! LOL! Mit dem Wasser! Nein! Was ne Failrunde schon wieder! Oh und jetzt kommt ne Hellskiste bei dem Wumpf, den du weggenommen hast! Das war ne schlechte Idee von mir! Ach komm, da fliegt er zu weit! Ach Gott sei Dank! Aber ich hatte trotzdem schon bessere Ideen! So nen Kackstoß haben wir ja nicht mal! Oh oh! Oh oh! Krishy das willst du nicht! Nein das willst du nicht! Das möchte! Oh shit! Und es leuchtet alles durchsichtig! Also alles gut! Nein nein nein! Ja fliegt doch noch! Ja gut aber mein Einer wird das überleben! Nein! Doch! Schade! Schade tut er tatsächlich! Ah! 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 Oh der ist sogar dran! Oh ja! Ah! Oh Gott! Oh du triffst nicht! Nein das ist sogar dran! Nö! Nö! Ha-ha-ha! Uh, dein Einer Fettig ist gleich auch schon weg! Weil der jede Runde 10 Schaden kriegt. Sehr gut! Ja, aber der ist jetzt glaube ich dran. Nö, der oben ist jetzt dran sein. Die Mine sehe ich jetzt tatsächlich mal! Echt? Ja. Glanzleistung, Krischi. Du weißt... Nein. Geh her! Fynn tritt die Bühne! Aber du spielst meine Runden, glaub ich, noch weg. Der 105er sollte in die Mine gleiten und der 65er sollte das machen, was mein Teamcenter jetzt gemacht hat. Ey, das ist echt keine gute Runde heute. Irgendwie läufts noch nicht so richtig. Muss ich ja mal gestehen. Wie kommst du denn da rauf? Weiß ich auch nicht. Abwegig, ne? Wohl 4 gegen 3, es geht sogar theoretisch noch. Komm, jetzt lassen wir erstmal wieder ein bisschen auf den Skill ankommen. Perfekter Hit, Alter! Boom! Uncool. Sehr cool. Wir üben, dann halt diesmal ein bisschen weiter nach da. Oh shit. Wird wieder nix. Doch. Nein, 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 nein! Oh shit. Krisch ist statt. Leute, die eine war ein Blindgänger. Flieg nach links! Scheiße! Du solltest doch schon beim ersten Mal klappen. Du solltest doch schon beim ersten Mal klappen. Du solltest doch schon beim ersten Mal klappen. Just you wait! Ah ah! Das ist ja Versuch Nummer 3. Das ist ja nicht. Stimmt. Ich werde vermutlich an der Kiste hängen bleiben. Die Kiste. Ballert dir die Mine dahin? Nein, nein, nein. Das ist ja völlig abwegig. Lauf mir zu der Scheiße! Ah! Mann, ey! Hey! Oh oh! Achtung Krischi, da liegt noch ne Mine. Nein! Blindgänger! Nein! Verdammt! Hallo! Hi! Jetzt? Nix! Jetzt lässt du mich in Ruhe. Kann ich doch nicht. Was klappt so? Wasser? Bestens! Oh shit! Da waren es zum Ende hin doch noch ordentlich Schaden. Ich hatte sogar eigentlich die Hoffnung, dich kurz über die Kante zu schubsen, dass du dann an dem Wasser runtergleitest. Ja! Hatte ich mir fast gedacht, aber nee, ich glaube das hätte nicht geklappt. Ja, und Versuch was wert. Och jetzt kullert das ganze Kack Wasser da runter und deswegen muss ich wahren. Entschuldigung! Ähm... Ja! 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 Nee, das... Was mach ich denn da? Klärt das! Er war nichts kalt als ein Riesen. Wer dran ist, ist er tot. Jo! Weil er jede Runde fünf Schaden kriegt. Jo! Du hättest deinen Wurmader stehen lassen sollen, du! Das lohnt sich ja fast dahin zu gehen! Na... Echt? Du rettest einen Zehner damit? Ich bringe deinen 38er rum damit. Ja, das überlege ich mir jetzt auch gerade. Ne Flammfloss macht 30 Schaden! Ja... Fuck, was mach ich? Haha! So! Ja sicher! Der Zehner wäre eh gleich drauf gegangen. Haha! What the fuck, alter! Haha! Jawohl, alter wie die Mutter weggeflogen ist! So! 2 gegen 2! Bullshit! Du hast die bessere Ausgangslage. Würde ich nicht zwingend behaupten. Na doch, du bist dran! So komm! Du hast die nächste Mal meinen Freund hast du gegen mit! Darum schießen wir einfach ein bisschen doller! NEIN! Ja, ganz toll! Aaaaaaah! Ich hätte noch ein bisschen mehr durchziehen sollen! Ich hab die Mine im Weg, wa? Nein! Ist auch ein Blit-Lit-Gänger! Ja, auf jeden Fall! Ist das ein Blit-Lit-Gänger! Bro, ich könnte den 100er da so schön wegmachen, ne? Nee! Meinst du, riskiere ich's? Ja, machen wir! So schnell kann ich doch nie fliegen! Doch, doch! Klar! Ja! Du hättest das Ding auch aktivieren sollen, Junge! Hab ich! Ich hab Leht-Taste gerückt, aber im Sprung gefallen ging das anscheinend nicht! Mein Plan war so, weißt du wie... Weiß ich nicht, irgendwie das Ding mit dem Flugzeug zu aktivieren und dann so... Weg zu fliegen! Und er zu mir! Jetzt für bei mir! Weiß ich nicht, dich irgendwie wegmachen! Nein, nein! Schaffst du nicht! Komm, flieg! Ach! Oh! Da liegt ne Mine! Nice! Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Dämlich! Aber das sollte nur 90 machen! 92, ey! Fuck! Ja, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Was ist das? Frage! Was sieht das scheiße aus mit dem Fallschirm bei dem? Der blaue Helm guckt da kaum raus! Ja komm, krieg Fall Damage! Krieg Fall Damage! Ach, scheiße! Ich hab viel Weg vom Level! So weit lass ich's nicht kommen! Dann wollte ich noch weiter nach rechts! Trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht! Ich spür ihn nach rechts hin, ey! Oh Gott! Er hat also einen Armageddon bekommen! Nein, keinen Armageddon! Ach, den Esel? Ja! Der ist aber schlecht jetzt! Du triffst nicht beide! Doch! Ich setz ihn so, dass er... Komm, ich versuch's mal! Der fliegt nach links weg! Boom! Nein! Boom, das war Nummer 1 von dir? Nein! Oh, 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 oh! Komm, komm, lieber Esel! Komm! Willst du die mal weg? Oh, Mann! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das reicht nicht! Fuck! Ah, ein Esel! Ah, trotz ist was mir so kitzig ist! Ah! Der da oben ist down, oder? 178, nämlich, ja gut, der ist down! Da überlebt er mit 39, mein Esel! Ah! 39 gegen 39, wir müssen ran! Ja, aber was soll ich denn da machen?! Oh, scheiß! Ich bin anfändiger für Luchteangriff als du! Jetzt, teleportierst du dich? Das! Ach, ne Bunkerbombe! Ja, die macht ein 30 Grad! Ist egal! Sie spült mich auch nicht runter! Sie spült mich nicht runter! Sie spült mich nicht runter! Sie spült mich nicht runter! Ah! Scheiße! Jetzt krieg ich's nicht mal mit dem Wasserdamage! Ich hab ne Frage! Wie töte ich dich jetzt? Gar nicht! Ich hab ne Bunkerbombe! Und das ist gut für mich! Aber auch wiederum nicht! Ich hab mit Fallschaden! Die darf nicht ankommen! Das ist n Fetty, die macht 40 Schaden! Im Moment! Explodier! Oh! 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 Hohohohohohohohohohoho. Da komm. Das... Was? Was? Wo, wo, wo? Ah, kacke, haben wir ja gar nicht! Jetzt bräuchte ich noch so ne Bunkerbombe, wa? Oh, shit! Was mir irgendwie helfen würde. Mir ist grad so ein ganz kleines Detail missfallen, aber... Okay, okay. Nächsten Zug hab ich auf jeden Fall noch, gut. Toll. Komm! 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 Ja, komm! Komm, komm! So, ich hab noch eine Sekunde bis sudden death, alles klar. Ja! Okay, und jetzt? Spül ich dich! Ich bin nicht nach oben. Ich spül dich da raus, du MOTHERFUCKER! Kannst du nicht. Komm, 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 komm! Nein 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 nein! Ja, 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 weiter weiter! Nein 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 nein! Ohhhh! Gott, Kleiner! Los, kann ich dran sein! Trotzdem noch eine sehr pragmatische Frage, wie bring ich dich um? Ich habe nicht mehr viel, um dich zu treffen. Genau zu sagen, ich habe gar nichts, um dich zu treffen. Ich komme hier nicht wirklich weg. Alles klar. Ernsthaft? Ich komme zu dir, Junge, ich komme zu dir. Ja, komm, das ist doch gar nicht mehr in deinem Radius da! Bullshit! Ich bin ja auch gar nicht. Aber ich denke, es zählt ja Rundenanfang, oder? Keine Ahnung. Ist das so? Das war dein letztes Seil. Das war dein letztes Seil. Okay. Alles klar. Jetzt wird es taktisch, ey! Kannst du nicht auf mich schießen? Noch bist du selber nicht durch. Wie ich auch nichts habe, war das... 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 Das ist was ... Das... Ja, sicher... Ne, zu weit weg ... Ja. Boah, crashee! Keine 7 Schaden, du machst mir keine 7 Schaden, du machst mir keine 7 Schaden! Nee, die Explosion reicht nicht mal bis in die Nähe von dir. Hoffentlich. Von daher... Ist aber wieder höher als ich. Warum haben wir denn nicht meine scheiß Granate? Oh ja, komm, schieß mir den Weg rein. Nicht weit genug, kacke! Hätte ich ins Wasser reingetroffen! Scheiße, du hast Narpalm. Ja. Goddammit! Und jetzt den Abgrund mit jedem Teufel. Boah, das Problem ist, wir haben extrem viel Wind. Nein, 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 nein. Komm, bitte. Das wird nix! Bitte, bitte, bitte. Ich fülle ihn da runter! Runter mit ihm, runter mit ihm, runter mit ihm, runter mit ihm! Ja! Ja! Was war das denn? Das war Bullshit jetzt. Aber gut. Gott sei Dank, bist du da nach oben gegangen. Ich hatte gehofft, du tust das schon früher. Ja, gut. Dann geht's ja dann, Krischi. Danke. War ne spannende Runde, ey. Meine Güte. Ah, ich hätte gern mit dem Besucher ins Wasser rein. Da hätte die Druckwelle nämlich dicke 7 Schaden gemacht. In dem Moment, wo du das gemacht hast, dachte ich schon, sieh, jetzt ist vorbei. Aber du hast Gott sei Dank nicht getroffen. Ja. 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 Ah, ärgert mich. Aber gute Idee auf jeden Fall. Na ja, gut, Leute. Kann man nichts mehr machen. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Tschüss.